Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und der heutige Park, der kommt vom lieben Kirby. Kirby hat, glaube ich, schon mal einen Park eingesendet, ist noch gar nicht so lange her. Und der war, glaube ich, sehr, sehr gut. Also der war wirklich richtig, richtig gut. Deswegen ist natürlich schon die Erwartung an deinen neuen Park hier auch sehr, sehr hoch. Aber ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, welcher das war. Aber ich würde sagen, wir lesen jetzt erstmal vor, was du denn geschrieben hast. Du hast nämlich geschrieben, hallo Dandi, ich bin's wieder, Kirby. Vielen Dank für das Bewerten meines ersten Parks, Wild Park Nublar. Ach ja, okay, so hieß er. Jetzt weiß ich, auf welcher Park das war. Der war wirklich sehr, sehr gut. Einer der besten Parks, die hier bisher auf jeden Fall eingesendet wurden. Jetzt, einige Wochen später, gibt es auch schon meinen zweiten Park, wieder extra für dieses Format angefertigt. Mein Ziel war es diesmal, dass der Park an einen Zoo erinnert. In Bezug auf Gehegeform, Weganordnung und Besucherattraktion. Das Innenleben der Gehege sollte aber auf dem gleichen Niveau wie beim letzten Mal bleiben. Ich hatte außerdem noch zwei andere Ziele für diesen Park. Erstens war es mir wichtig, jeden, der unter der letzten Folge Hashtag Kirby geschrieben hat, in meinem Park zu verewigen, was super geklappt hat. Okay, daran erinnere ich mich auch. Das war eine sehr coole Idee. Finde ich nice, dass du es durchgezogen hast. Und zweitens wollte ich etwas Besonderes mit den Wegen machen. Und so viel ich weiß, hat das auch noch niemand vor mir in dieser Größe durchgezogen. Du wirst sehen, was ich meine. Du darfst, wie im letzten Mal gefragt, meine Parks natürlich für Cinematic oder cinematische Aufnahmen benutzen und auch natürlich hochladen. Da freue ich mich. Ich hoffe, dir gefällt der Park und du findest vielleicht am Schluss noch ein wenig Zeit zum Vorlesen der Dino-Namen. Liebe Grüße, Kirby. Die Zeit werde ich mir auf jeden Fall nehmen, weil ich finde es mega cool, dass du die Zuschauer echt verewigt hast von der letzten Folge. Weil ich erinnere mich noch daran, dass du das mit Hashtag Kirby halt gemacht hast. Und ich glaube, dein Park war wirklich richtig, richtig gut. Es war doch dieser... Hm, ich will jetzt nichts Falsches sagen. War das nicht der mit dem Fluss, mit dem großen Fluss? Bin mir gerade nicht zu 100% sicher, aber ich weiß, dass du einen richtig guten Park eingesendet hast. Aber ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht mehr weiter. Wir starten jetzt direkt in dein Park. Und da sind wir im Park von Kirby. Das Ganze leider wieder auf Isla Nubla, also der Park, den scheinst du schon ein bisschen eher angefangen zu haben, bevor das Update wahrscheinlich rauskam. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt. Das war nicht der Park mit dem Fluss, den ich meinte. Aber du hattest trotzdem einen richtig, richtig coolen Park. Also die Messlatte ist ziemlich hoch gesetzt jetzt hier für diesen Park. Aber ich muss sagen, der erste Eindruck, der sieht ja schon mal sehr vielversprechend aus. Ich fühle mich jetzt auch gar nicht zu sehr Spoiler an. Aber ich sehe schon, was du meintest mit den Wegen. Richtig coole Idee, also das so doppelfarbig zu machen. Und das hast du wirklich durch den ganzen Park durchgezogen. Guckt euch das mal an. Und man muss sagen, das hast du auch schon beim letzten Park von dir gemacht. Die Wege wirklich richtig schön geformt. Die sehen wirklich aus wie in so einem Guss und in einem perfekten Fluss. Sieht richtig nice aus von oben. Also muss ich wirklich sagen. Und was noch ein gutes Zeichen ist, wir gehen jetzt erstmal zum Eingang. Ich will mich nicht zu sehr spoilern. Was noch ein gutes Zeichen ist, die FPS droppen so ein bisschen. Das heißt, der Park scheint sehr aufwendig zu sein. Also falls man irgendwas ruckelt oder laggt, seid mir bitte nicht böse. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Das Ganze heißt The Zoo. Okay. Hast du ja auch schon in die E-Mail geschrieben, dass das Ganze an so ein Zoo angelehnt ist. Finde ich auch eine coole Idee. Und dann geben wir uns mal als kleiner Zoo-Besucher aus und erkundigen mal The Zoo. Bin ich ja sehr gespannt. Boah, das ist auf jeden Fall nice. Man kommt hier rein und hat hier direkt zur linken zwei Beobachtungsgalerien. Genau mein Ding. Gehen wir direkt rein. Okay. Dandi ist glücklich. Dandi sieht eine Strecke, wo er fahren kann. Jetzt besser kann der Tag nicht werden. Okay, was sehen wir denn hier als erstes? Also erstmal zur Gehegegestaltung. Richtig schön wieder mit den Pflanzen und sowas gemacht. Man sieht immer, dass du dir echt Mühe gibst mit der Bepflanze. Du machst das halt nicht so random oder so. Du gibst dir wirklich viel Mühe. Ich glaube, da steckt auch viel Zeit drin. Sieht immer sehr, sehr schön aus. Ich sehe auf jeden Fall Uranus. Ansonsten sind die sehr weit weg, wie die muss. Ich glaube, das sind Dryos da vorne genommen. Und irgendwelche Top C.D. oder wie die heißen. Cera Top C.D. Aber welche das sind, das werden wir jetzt rausfinden. Mit dieser tollen Fahrt Jurassic Tour. Hier brauche ich ja nicht nur mal reingehen. Das ist ja eigentlich die gleiche Sicht. Wir gehen jetzt direkt in die Jurassic Tour. Da hast du dann die direkt glücklich gemacht. Der Controller liegt schon bereit. Weil darauf freue ich mich immer meistens. Wo bin ich denn jetzt hier? Okay, kriegt ihr neues Futter. Wenn ich schon mal mich da durchgeklickt habe. So, jetzt geht es aber los mit der geilen Fahrt. Ich mache mal einmal den Sound für mich lauter. Für euch ändert sich nichts. Damit ich auch die Sprüche höre. Ich freue mich auf die Jurassic Tour. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Okay, ich sehe schon, welcher Top C.D. das ist. Das ist der Nasuto Cera Tops. Den feiere ich auch richtig, ne? Von Battle at Big Rock. Mega cool aus. Also, mit einer meiner Lieblings-Tops C.D. von JPE, muss ich sagen. Oh, einen coolen Schrei hat er auch. Also, ich finde das halt richtig cool, wie seine Hörner angeordnet sind. Richtig wie so ein Stier. Ich habe ja mal in einem Video, glaube ich, gesagt, dass von JWE... Jetzt hat sie mich aus dem Konzept gebracht. Dass bei JWE mein Lieblings-Tops C.D. der Pentaceratops ist. Jetzt ist er auch immer noch. Aber ich glaube, danach kommt jetzt schon der Nasuto Cera Tops. Weil der ist echt cool. Oh, man legt sich schlafen. Oh, hier sind richtig viele Dinos. Richtig aus wie so ein Paradies hier. Ich fühle mich hier echt wohl. Aber wir sollten die Dinos jetzt hier nicht zu sehr stören. Da ist aber, glaube ich, hier nur drei Arten drin. Das finde ich ganz gut. Weil zu viel Durcheinander ist natürlich auch nicht gut. Oh, wie das hier in so einen Dschungel übergeht. Man sieht wirklich, wie viel Arbeit da drin steckt. Mega nice aus. Hier ist natürlich ein bisschen sehr hugelig. Aber geht noch. Aber man sieht es wirklich. Also es ist richtig gut gestaltet. Ist aber, glaube ich, eine sehr kurze Fahrt. Aber egal. Für die Begrüßung ist das ganz nice. So eine schöne Begrüßungsfahrt. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann, die ist glücklich. Und jetzt seht ihr, das gehe hier nochmal von oben. Das sieht nicht wundervoll aus. So viele schöne Pflanzenfresser. Die sehen in Herden hier durchlaufen. Und alle im gleichen Farbstil. Also richtig nice. Alle in diesem braunen Ton. Und hauen erstmal das Auto um. Also richtig schöne Gehegegestaltung. Du hast das Ganze auch... Ja, du hast das Ganze auch... Du hast sozusagen den Rand hier benutzt als Barriere. Finde ich auch immer cool. Was blinkt denn da oben links? Was hat denn... Irgendein Bug oder so. Und, oh mein Gott, okay. Du hast den Waldübergang hier richtig nice gemacht. Seht ihr das? Also es geht hier richtig nice in den Wald über. Richtig schön gestaltet. Ah, gefällt mir. Tolles erstes Gehege. Jetzt die Frage, wo gehen wir lang? Also wir haben jetzt hier einmal reingeguckt. Zu den Wegen brauchen wir ja nichts mehr sagen. Also sie sehen wirklich wunderschön aus. Also es ist so eine coole Idee. Den Wegen. Der Park sieht von oben so nice aus. Übel cool. Aber ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Weil hier sind die ganzen Läden. Das sieht mir so aus, als wenn das der richtige Weg wäre. Hier haben wir erst mal ein Prehistoric Food Restaurant. Dann haben wir hier eine Fossilienzone. Historisches Andenken. Mayonga Bowling. Paleo Drinks. Also das ist richtig Mühe gegeben. Auch alles benannt. Zu den Dinonamen kommen wir am Ende. Da bin ich auch sehr gespannt. Free Wi-Fi. Oh, wie cool. Nice Idee. Das heißt, hier gibt es WLAN für alle im Park. Hier haben wir ein Entwicklungslabor. Vom Waldrandgehege. Oh, das ist sogar ein Gehege. Wie nice. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich lang soll. Hier sind so viele Wege. Wir gehen erst mal jetzt am Waldrandgehege einmal entlang. Gibt es hier aber was zum Reinschauen? Hier gibt es gar keine Galerie oder sowas. Lass mal mal eben so schauen. Da ist sogar ein Mayonga drin, glaube ich, ne? Ja, ein Mayonga. Zwei Mayongas. Na ihr? Wer heißt er denn? Florian Osterseer. Richtig nice. Also ich finde es richtig cool, dass du die Zuschauernamen vom letzten Mal genommen hast. War eine sehr coole Idee. Der ist er. Der Mayonga. Ist ja nicht so mein Liebling. Habe ich jetzt schon in den letzten Videos auch schon gesagt. Das ist das Gehege von oben. Das Waldrandgehege. Da scheinst du wohl als Brutstation so ein bisschen misshandelt zu haben. Du hast dann wahrscheinlich ganz am Ende daraus trotzdem noch ein Gehege gebaut. War wahrscheinlich erstmal nur so eine Brutstation. Aber finde ich ganz in Ordnung, die Idee. Dann gehen wir mal hier zu dem Touren. Ich werde sowieso wieder kreuz und quer durch den Park gehen. Oder durch den Zoo. Deserttower. Oh, okay. Cool. Hier gibt es sogar ein Motto. Gehege. Okay, wir sehen sogar. Das ist echt so ein Wüstengehege. Und da drin sind T-Rexes. Zwei Stück. Und? Trodons sind das, glaube ich. Sehr, sehr klein. Ja, so kann man zumindest schon mal die, so ein bisschen von hier hinten begutachten. Finde ich eine coole Idee, dass du hier einen Tower platziert hast. Sehr, sehr nice. Was haben wir denn hier noch? Mr. DNA erklärt. Okay, das ist wahrscheinlich ein Wissenschaftszentrum. Ja. Dann haben wir hier Poster und Postkarten, Radioumfänger, Merchandise und die Oase. Also du hast dir wirklich richtig viel Mühe gegeben. Und zu den Wegen brauche ich halt echt nichts sagen, ne? Also wie viel Arbeit das gewesen sein muss, diese ganzen Wegflächen und sowas. Eieiei, also wirklich cool und toll, dass du dir für dieses Format extra so viel Mühe machst. Also Daumen hoch schon mal für Kirby. Lobt ihn auf jeden Fall in den Kommentaren. Hat er sich verdient. Cruzeas. Cooler Name. Was haben wir hier? Streichelzookasse. Oh mein Gott. Das ist ja auch eine coole Idee. Hier gibt es dann ein Streichelzoo. Oh, das finde ich auch nice. Das ist auch nett. Habe ich so noch nie gesehen. Das geht sozusagen, der Weg geht in das Gehege rein und hier drin ist dann die Station dafür. Also richtig cool. Das ist echt tolle Ideen. Und hier hinten, die Ecke, nochmal für so einen kleinen Streichelzoo genutzt. Oh, das sind die ganz kleinen. Die Homale... Ne, Homalocephale. Oh, wie cool. Das ist ja mega nice. Da freue ich mich gleich drauf. Aber... Na okay, du hast wirklich gar nicht mit so vielen Galerien und so gearbeitet. Wir müssen halt immer so in die Gehege schauen. Seht ihr schon, ne? Das hat halt auch so ein bisschen was von Zoofeeling. Einfach so zu schauen. Wie schön diese Gehege alle gestaltet sind. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst gucken soll. Okay, wir schauen mal eben das Gehege hier an. Hast du natürlich auch immer schön bergig und sowas gemacht. Also man sieht wirklich, wie viel Mühe da reingeflossen ist. Fliegen mal so ein bisschen rein jetzt, beobachten die. Da ist der Raxi. Komm, brüll mal für uns. Sei ein guter Rex. Er will gerade nicht brüllen. Aber T-Rex ist nice. Und Trodons haben wir noch. Habe ich ja gerade schon von Weitem erkannt. Klein, fiesen Viecher. Hier ist dann so eine kleine Oase. Hier ist der andere... Oh, mein Lieblingsskin und Dandy. Jetzt bin ich noch glücklicher. Aber Leute, das ist immer so toll, dass ihr daran denkt. Mein Lieblings T-Rex-Skin und Dandy hast du ihn genannt. Da freue ich mich sehr. Wo sind die ganzen Trodons? Hey, Dudes. Die sind einfach so klein, ne? Die erkennt man gar nicht. Jetzt kommt ganz fiese Musik. Da wandern die Trodons. Ja. Da kommen wir aber gleich nochmal zu, zu den Namen. Würde jetzt, glaube ich, noch nicht alle durchgehen. Wobei, wir können das jetzt mal eben machen. Das ist irgendwie cooler, wenn wir das zeitnah machen. So, das G-G hatten wir gerade als erstes angeguckt. Da schauen wir mal die Namen an. A.K. Grasland. Ich glaube kaum, dass ein Zuschauer Grasland... Grasland-G-Geist. Ich glaube, das war schief gelaufen. Ludainoa. Let's Craps. GGSG. KSGS. Der Niklas. Leon. Marc. Kitos. Das ist toll. Ich fliege mal rüber, Leute. Das dauert sonst so lange. Das sind so viele. Aber mega cool, dass du dir die Mühe gemacht hast. Ich kann den Speicherstand für euch auch gerne mal zur Verfügung stellen. Wenn das okay für dich wäre, Kirby. Dann können die Zuschauer auch gerne selber mal schauen. Florian. Gabriel. Dundee. Dundee. Cousers. Lord Kylo. Kleine Maschine. Maxim GD. Logischer Fan. Und Lukas Rus. Und jetzt gehen wir in den Streichelzoo. Richtig tolle Idee. So, let's go. Die nächste Fahrt für Dundee. So, das sind für ein Geräusch. War das die Station? Ja. Kommt noch ein anderer Kollege mit seiner Kugel. Mit seiner Murmel. So, hier sind auf jeden Fall die Homa-Luc-Falle drin. Die verstecken sich natürlich im hohen Gras. Die sind so süß, die Kleinen. Ich glaube, da müssen wir gleich mal in die andere Perspektive für gehen. Das ist der Streichelzoo. Den hast du halt so dargestellt. Man kann ja leider die Leute da nicht durchlaufen lassen. Die würden in Panik geraten. Finde ich sehr, sehr schade bei diesen kleinen Dinos. Die sind halt wirklich mega süß. Wobei, wenn die mit ihrer Kopfplatte gegen das Schienbein oder so rennen, ist das wahrscheinlich auch nicht so geil. Weil die haben ja auch so eine Schädelplatte da vorne. Mit der sie Kopfstöße verteilen. Ah, die sind zuckersüß, die Kleinen, ne? Schau dir die mal an. Wie sie hier grasen. No. Wie sie quietschen. Also, ich würde aussteigen. Ich würde die direkt mit nach Hause nehmen. Die sind so süß. So, ich gehe mal hier raus. Ist auch nur eine sehr kurze Fahrt. Finde ich aber an sich nicht schlimm. Auch wieder eine sehr tolle Gehegegestaltung. Die Kugeln staunen sich hier. Wir gehen mal ganz kurz in diese Sicht. Dann sieht man die ein bisschen besser. Er geht hier gerade ins hohe Gras. Wir nehmen mal einen, der halt da hinten ist. Der hier ist gerade im Licht. So, jetzt haben wir eine gute Perspektive. Ist echt ein süßer Saurier, ne? Guck mal, wie er da pickt. Wie so ein Hühnchen. Pok, pok. Und dahinter stauern sich die ganzen Gyrosphären. Eine sehr coole Idee mit dem Gehege hier. Ist auch echt groß für die, ne? Muss ich mir mal ja mal sagen. Also, den Tieren geht es da super. Oh, die haben gar keine Namen. Ah, okay. Da scheinen wohl keine Zuschauer mehr genug Namen reingeschrieben zu haben. Aber selbst, dass du dir hier hinten so viel Mühe gibst, ne? Guckt euch mal an, wie schön bergig und sowas das ist. Alles perfekt abgeglättet und so. Dann hier hinten nochmal so ein kleines Gewässer und so. Also, du hast halt wirklich so viele Details hier eingebaut. Richtig cool. Weiter geht die Tour. Wir gehen Richtung... Ja, wir gehen hier am Rand entlang, würde ich sagen. Ich will eigentlich auch so ein bisschen von oben gucken, muss ich sagen. Weil dann sieht man so ein bisschen besser die Form und sowas. Weil du einfach diese Rundung so schön machst. Ich will auch so ein bisschen aus dieser Perspektive gucken. Weil ihr seht schon, so ist das halt gemeint, so mit dem Zoo, ne? Man geht so an den Zaun entlang. Und der hat extra die Futterspender zum Beispiel hier am Rand gebaut. Damit man dann hier die Camaras und sowas sieht. Und die Pachis oder was das da ist. Ja, das müsste ein Pachis sein. Ihr könnt eigentlich auch in... Wartet mal. Ja, wir brauchen hier keinen Rand. Ich könnte rein theoretisch auch in dieser Perspektive hier rumfliegen. Wie so ein Besucher. Das würde auch gehen. Also, so wäre er ungefähr Besucherhöhe. Da sind natürlich diese Metallstangen und so im Weg. Aber schon interessant, ne? Wie groß die Dinos dann wirken. Wir fressen die Camaras. Immer ein bisschen näher ran an den Zaun. Gucken mal hier durch, ob wir das hinkriegen. Die Stangen sind halt mega am Weg. Das ist halt echt schwierig, ne? Mit dem Zaun. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Das dauert aber zu lange. Weil ich will natürlich das Video auch nicht zu lange machen. Also hier sind auf jeden Fall Camaras drin. Wir gehen mal am Zaun weiter entlang und gucken, ob wir noch was sehen. Hier sind natürlich auch Berge und so hast du eingebaut. Aber alles perfekt geglättet hier vorne. Ich sehe jetzt keine Kante oder sowas drin oder Ecke. Hier ist das Tor. Ah, das ist auch eine coole Idee mit dem Tor, dass du hier Sand untergemacht hast. Nice aus. Dadurch sieht das nicht ganz so doof aus irgendwie. Hm. Kann ich mir mal merken. Eine Idee. Ansonsten sieht man hier leider gerade keine Dinos. Die verstecken sich. Aber die haben auch wieder so ein cooles Gehege hier. Das ist nicht toll aus. Haben wir denn hier noch? Nudosaurus haben wir hier noch. Da läuft ja der kleine Nudo. Auch ein sehr süßer Dino, ne? Natürlich die zwei Camaras haben wir. Und die Pachis. Hier sind die Pachis. Das Camarascan ist auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Die Kameras sind gerade nicht so nice. Also der ist mega cool. Der Kamerascan. Richtig schön gefleckt. Richtig schöne Färbung. Aber ich glaube, du hast allgemein da so ein bisschen drauf geachtet, dass die Dinos eine sehr natürliche Färbung haben. Die jetzt nicht zu abgespaced ist. Also die hier sieht schon sehr cool aus. Und dann schauen wir mal hier auch die Namen, was wir hier haben. Hier haben wir Polodrill, Starlord, Liv, Giles, Fandwist, Todespfeil, Lickröde, Zelda, Lefttap, Jorgi und Edgarfan. Sehr cool. Gehen wir weiter. Hier vorne führt ein Weg bis zum Tor. Und dann haben wir hier unser erstes Hotel. Das Ganze heißt Hotel. Mal schauen, wie die Sicht ist. Ja, auch hier. Die Sicht ist wunderschön. Man sieht sogar ein paar Dinos gerade. Auch wenn hier die rote Blume im Weg ist. Dahinter war aber gerade einer. Ein Archeo Orno Twin Mimus, glaube ich, ist das. Oh, so viel zum Thema Einer. Da ist eine ganze Armee drin. Das ist ja nice. Wie cool. Haben wir hier noch mehr Dinos? Da ist auch ein Dino hinter, ne? Seht ihr das rote da durch die Bäume? Ich glaube, das ist auch irgendein Dino. Aber was das für eine ist, weiß ich gerade nicht. Oh, da sind Stegos. Ah, ist das schön gestaltet. Auch eine ganz tolle Sicht, ja. Haben wir hier irgendeine Attraktion, wo man gucken kann? Oh mein Gott, wie cool das aussieht. Schaut mal hier, der Weg geht hier so schräg nach oben. Und das hier ist alles noch Gehege und mit dem Berg und so richtig cool gestaltet. Sowas ist richtig anstrengend zu machen, Leute. Okay, da bin ich jetzt wirklich beeindruckt. Weil so einen Weg hier nach oben zu bauen, dass der eine gute Dings hat und keine Kanten oder... Oh, hier hoppeln zwei Ziegen oben. Ist das nicht geil? Dass der hier keine Kanten hat und nicht zu steil ist und so richtig gleichmäßig hoch geht, ist richtig schwer. Und dann noch hier am Rand so Felsen und Berge einzubauen, das ist echt viel Arbeit. Also richtig nice. Ich will gar nicht wissen, wie oft du hier korrigieren musstest, dass du den Berg hier am Rand noch so hinbekommen hast mit den Klippen und so. Das hat bestimmt richtig Zeit gekostet. Richtig cooler Weg nach oben, aber wir schauen jetzt erstmal in das Gehege hier. Flussufer-Artenvielfalt. Ja, das klingt doch gut. Und hier am Rand sieht man leider nichts. Hier wäre vielleicht eine Futterstation noch cool gewesen. Immerhin sehen wir hier Stierakus sind das, glaube ich, und Stegos müssten das sein, oder? Ich glaube schon. Wir müssen aber einmal so durchfliegen. Ich gehe nochmal kurz in den Aufnahmemodus dafür. Oh, wir müssen hier noch einmal normal anmachen. Und dann fliegen wir einmal durch das Gehege. Ja, du hast es halt wirklich wie so ein Zoo gemacht, dass man halt durch den Zaun guckt. Ich verstehe schon die Idee dahinter. Ist natürlich sehr, sehr nice. Da muss man nur lange warten und viel Geduld mitbringen. Du hast halt auch echt klug die Futterspender hier platziert, ne? So, dass die Dinos wirklich zum Zaun kommen. Richtig nice. Also richtig coole Idee. Ich habe nur nicht die Geduld dafür, dass die Dinos da hinkommen. Weil das Video halt nicht zu lange gehen soll. Also wir haben ja Mutaburas, Stegos und Archeornotinimus. Auch wieder ganz, ganz tolle Skins. Du hast alle Skins im gleichen Fabstil gemacht. Immer dieses rötlich-braune. Nicht sehr cool. Schaut euch das an, wie wunderschön das aussieht. Das ist immer ungefähr drei Dinos von einer Art. Oder drei verschiedene Arten in ein Gehege gebracht. So wollte ich es sagen. Kommt mir zumindest so vor. Guckt euch die Armee an. Alle hier am Fluss. Wie viele das sind. Ich liebe ja solche Vogel-Strauß-Dino-Armeen, ne? Sieht so nice aus. Wie die hier alle chillen. Und alle so rumgackern wie so Hühner. Richtig cool. Hier haben wir nochmal Mutabura. Die sind ja auch überall, die Dinos, ne? Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass das zu viele sind. Weil das halt Pflanzenfresser sind. Und mit Pflanzenfressern kann man ruhig große Herben machen. Finde ich. Auch hier vorne hast du wieder den Fuderspender direkt an den Zaun gemacht. Also das Zoo-Motto hast du auf jeden Fall perfekt erfüllt. Und ein richtig cooles Gehege hier. Eine richtig tolle Form. Auch hier wieder den Rand sehr gut genutzt. Und das hier mit dem Weg finde ich wirklich am beeindruckendsten. Also das war richtig viel Arbeit. Und dass das Gehege hier sogar noch weiter geht, finde ich auch sehr cool. Dann hier so ein richtig schöner Fluss durchgeführt durch das Gehege. Also man sieht wirklich, dass in jedem Gehege hier richtig viel Arbeit und Mühe steckt. So, hier haben wir natürlich noch ein zweites Hotel. Oh mein Gott. Zwischen den Hotels ist auch noch was, was ich übersehen habe. Schaut mal. Eine schöne Galerie. Ground Herbie for... Ach. Ich bin doof. Wie, wie Tügel. Okay, so heißt das Gehege hier. Hier haben wir Olo-Rothaithen. Ich hatte gerade den Futterspender anvisiert, deswegen war das so komisch. Hier sehe ich nur Olo-Rothaithen gerade. Auch hier ist so ein richtig schöner Berg. Sieht auch nice aus, ne? Das Gehege. Können wir auch nochmal in das Hotel gehen. Dann sehen wir auch nochmal die Sicht, so ein bisschen. Guck mal, hier sieht man die Dinos sogar richtig nah dran. Nicht schlecht. Wie laut die sind. Häftig. Guckt euch mal an, was das für Schreihälse sind. Aber auch wunderschöne Tiere, ne? Wie er guckt. Als wenn er einen Dachschaden hat. Irgendwie guckt er wirklich, als wenn er irgendwie eine Störung oder so hat, ne? Als wenn er mir gleich in den Kopf beißen will. Tu's nicht. Olo-Rothaithen. Du bist Pflanzenfresser. Denk da dran. Kleiner. Aber auch hier ein wunderschönes Gehege. Ich weiß nicht, ob hier noch mehr Dinos drin sind. Ne, sind tatsächlich nur Oloos drin. Die haben sogar auch wieder Namen. Sylvester, Milka, Blazen 4, Conic. Flieg da mal nur so rüber, Leute. Dauert das zu lange. Hier waren wir nämlich auch noch. Okay, die Archos, die hast du noch nicht benannt. Wäre auch ein bisschen krass gewesen, ne? Aber es ist echt toll, dass du die alle benannt hast nach Zuschauern. Mega tolle Idee. Okay, wenn die Dinos zu klein waren anscheinend, hast du sie nicht benannt. Finde ich auch in Ordnung. Einsatzzentrale. Sicherheitsteam, medizinische Hilfe, Futterpräparation. Ey, du hast dir halt so viel Mühe gegeben und auch so viel dazu ausgedacht und so. Das ist richtig cool. Ich versuche mich nochmal so ein bisschen rechts zu halten, Leute, sonst verlaufe ich mich. Wir gehen jetzt mal diesen richtig nicen Weg hier nach oben. Das sieht nicht, also es sieht nicht nach viel Arbeit aus, aber ich weiß, wie viel Arbeit sowas ist. Also es ist wirklich anstrengend, sowas zu bauen, weil Jurassic World Evolution macht einem das nicht sehr einfach. Aber auch hier finde ich die Idee richtig cool, dass du das so, äh, hier oben noch ein Innovationszentrum gebaut hast und nur an der einen Seite sozusagen vorbeigebaut hast und hier einfach den Zaun gemacht hast. Das finde ich eine sehr nice Idee. Stiftung Kirby Zentrum. Okay. Und hier oben haben wir sogar nochmal einen Aussichtspunkt. Hier ganz oben auf dem Berg. Boah, das sieht ja, oh mein Gott, das sieht auch wunderschön aus. Schaut euch das an, wie man hier schön unten auf das Tal blicken kann. Da sehe ich Edmontos, da sehe ich, oh, hier sind sogar Fleischfresser drin. Pentaceratops sehe ich, oh, wie cool. Und ein Suchomimos. Das scheint so ein richtiges Mischgehege zu sein. Gibt es da noch eine Tour durch oder so? Eine Jurassic-Tour. Das wäre ja genau mein Ding, ne? Wir gehen nochmal in den Naturreservat, heißt das Gehege. Wir gehen nochmal in den Turm hier, da sieht man es noch ein bisschen besser. Da sind auch noch andere Dinos, da sind noch, was ist das? Ist das ein Gallimimus oder ein Struthiumimus? Eher Gallimimus, oder? Ich glaube schon. Sehen wir hier noch was? Oh, hier ist noch ein Wassergehege, sehe ich. Baryonyx. Ne, ansonsten sehen wir ja nichts. Gehen wir weiter. Ich glaube, wir haben auch noch viel zu erkunden und viel zu entdecken hier. Also ich müsste halt wirklich die ganze Zeit in dieser Sicht eigentlich gehen, aber dann würde ich einfach von deinem Park so viele wunderschöne Sachen übersehen. Ach, schaut mal hier. Ist hier richtig Zoosicht. Spinosaurus am Start. Die Kameraführung ist leider, oh mein Gott, wie cool das ist. Wartet mal. Wir gehen mal in Besucherperspektive. So wäre es, wenn wir wirklich hier im Park wären, als Mensch. Schaut euch das an, ist das nicht nice? Wir sind vielleicht gerade noch ein bisschen hoch, aber ansonsten. Du kannst die Hand durchstecken und dann hast du keine Hand mehr. So im Prinzip ist das. Hier vorne ist genau das gleiche, ist auch mega nice. Wunderschönes Gehege hier. Montos da am Grasen. Ne, sogar reinzoomen mit. Wie nice ist das denn? Wusste ich gar nicht. Kamera-Perspektive ist richtig smart. Die sollte ich vielleicht öfter benutzen. Das sind Majas, ne? Majas, Edmontos. Das sind Gallis? Ne, das sind Strotimimus. Okay, never mind. Kennt man ganz gut an den Streifen. Die Gallis sehen auch nochmal von der Körperform ein bisschen anders aus. Da ist auch der eine Sucho. Finde ich cool, dass du das gemacht hast. Der ist ja einfach so in Sucho rumläuft. Der ist ja. Wunderschöner Skin. Der geht jetzt hier auf Jagd und reißt sich da so ein Maja oder sowas. Ne, eher hier diesen kleinen Strutio. Die Edmontos haben hier gar nicht richtig Schiss vor dem. Aber jetzt sind sie schon weggehoppelt. Schon interessant, ne? Wenn Fleisch und Pflanzenfresser in einem Gehege sind. Okay. Wir fliegen da, würde ich sagen, nochmal kurz einmal rüber. Das ist ein riesengroßes Gehege, wie ihr seht. Also die haben mehr als genug Platz. Und richtig cool mit den Bergen und den Gewässern und so. Das ist eine richtig coole Gehegegestaltung. Wir gehen nochmal kurz über die Namen hier rüber. Oh, die hast du sogar alle benannt hier. Der Strutius. Hauptsache, der Strutio heißt Galli03. Sehr gut. Weil ihr habt aber auch coole Namen teilweise, ne? Das ist ja der Hammer. Aber da sind auch Namen bei, die habe ich so noch nie gelesen. Das ist ja krass. Ich meine, ich bin eh nicht gut im Namen merken. Ich kann mir echt immer besser eure Titelbilder merken. Aber hier sind wirklich einfach Namen bei, die habe ich so noch nie gelesen. So, wir versuchen uns weiter rechts zu halten. Das nächste Gehege, was wir uns vornehmen, das ist das hier. Ein richtig schönes Wassergehege. Und richtig cool hier mit den Felsen und so hast du das gemacht. Schön richtig nice aus. So diese Wasserpflanzen da drin, dann ganz viele Felsen und Klippen. Sehr, sehr cool. Vielleicht können wir auch hier nochmal in diese Sicht gehen. Oh, da fällt mir gerade mal was auf, dass das wahrscheinlich öfter passiert. Gehe ich mal von aus. Hier, diese Ecken und sowas, die kann man teilweise da nicht vermeiden. Und es ist ja so viel mit Wegen gearbeitet. Dann wird das auch öfter passiert sein. Oh, der jagt gerade. Komm, fang noch einen Fisch für uns. Oh nö, jetzt hört er auf, oder wie? Ja, ist gerade fertig, leider. Ja, Baryonyx ist in Jurassic World Evolution jetzt auch nicht der spannendste, Dino. Wäre auf jeden Fall sehr weit unten auf meiner Liste von Fleischfressern, wenn ich mich entscheiden müsste. Oh, hier ist sogar einer gerade am Show machen für die Besucher. Komm, schrei nochmal. Ach komm, jetzt gehst du weg. Frech, wo ich hier bin. So, gehen wir nochmal hier die Namen abchecken. Ist natürlich für mich als Kameraführer echt ein bisschen schwierig, wenn hier keine Galerien und so sind. Aber ich finde das Prinzip sehr, sehr cool. Also man müsste sich wirklich die Zeit nehmen und hier als Besucher durchfliegen. Wäre auch cool, wenn man wirklich durchlaufen könnte als Besucher. Im Planet Zoo geht das, glaube ich. Dass man aus Besucherperspektive da langlaufen kann. Stiftung Kirby Landeplatz. Oh, sogar mit dem, äh, der orangene Blitz. Sogar mit dem orangenen Skin. Das ist für Vorbesteller der Premium-Version. Den haben die nur bekommen. Titanoboa-Kuppel. Oha. Auch eine coole Idee, dass hier einfach hier die große Titanoboa drin steckt. Kennt ihr sicherlich. Oh, und hier haben wir den Nigasaurus. Gehen wir auch hier nochmal kurz in die Aufnahme. Ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt schon dauert, Leute. Aber ist jetzt nicht schlimm. Nehmen wir jetzt die Zeit, die ich brauche. Einfach wunderschöner Park. Eine wunderschöne Idee. Kann man sich auch die Zeit nehmen. Finde ich auch ganz komisch, ne? Nicht, was ich von dem halten soll. Oh, wieder auch Gunst. Da oben sind noch Dracos. Red dich doch mal zu mir. Bin ich die ganze Zeit weg? Jetzt rennt er weg. Der rennt aber auch so lustig, ne? Schaut euch den an. Ah, ist das ein Duli. Der Nigasaurus ist ein richtiger Duli-Dino. Jetzt hat er ein Schnabel da auch vorne, ey. Das ist so nice. Also, der ist... Ich weiß nicht, dieser Dino. Der macht mich auch fettig. Guckt euch an, wie der läuft. Was hat denn der überhaupt für einen Auftrag, dass der hier so dumm rum sprintet? Ich glaube, der will zum Wasser, oder? Na, was hat der vor? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch ein sehr cooles Gehege. Auch eine tolle Gehegeform. Aber jede Gehegeform hier ist sehr besonders. Alles so richtig schön geschwungen und an die Wege angepasst. Und du hast auch so sauber gearbeitet hier. Das muss man auch mal wirklich sagen. Also, du hast hier so sauber gearbeitet mit den Wegen und den Zäunen. Also, wirklich Respekt. Schreib mal rein, wie viele Stunden du für den Park gebraucht hast. Es waren bestimmt einige. Also, wirklich, wirklich einige. Da bin ich mir sicher. Unfall. Hauptsache, so heißt dein Dino hier. Sehr gut. Du hattest hier sogar so ein bisschen Stromversorgung gemacht. Einfach aus Optikgründen. Oh, warum nicht, ne? Warum nicht? Spinogetränke und Dinosaurierfiguren haben wir ja noch. Dann haben wir hier die nächste Jurassic... Ne, nicht Jurassic Tour. Gyros Fernfahrt. Cool. Da düsen wir doch mal durch. Wenn sie sehen, sehen sie nichts. Das dauert jetzt wahrscheinlich. Ich glaube, hier sind die Spinos drin. Aber genießt es einfach, Leute. Oh. Wir werden sogar begrüßt. Okay. In dieser Gyrosphäre wäre ich jetzt in echt nicht... nicht sehr gerne. Da hätte ich große Angst, gefressen zu werden. Der Spino sieht sehr aggressiv aus. Aber er hat uns auf jeden Fall begrüßt. Oh, was ist da denn noch? Kannst du nicht so schnell erkennen. Das sind Deinonychus, oder? Ja, das sind Deinonychus. Noch einer. Da rennen sie davon. Lassen wir sie rennen. Ich glaube, die werden... Oh, da ist noch einer. Jetzt sehen wir den jetzt mal besser. Sind aber auch flink, ne? Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Auch ein toller Dino. Weiter geht's. Mal gucken, was wir hier noch sehen. Die Fahrten sind leider nicht sehr lang, aber dafür sind sie wirklich schön. Muss ich sagen. Aber ist auch schwierig, ne? In dem Stil, den du gebaut hast, kannst du natürlich auch die Gehege nicht verbinden. Logischerweise. Weil du halt immer überall die Wege direkt am Gehegezaun hast. Ist halt auch eine mega Herausforderung. Das ist halt richtig viel Arbeit. Auch die... Guckt euch mal die Form von diesem Gehege an. Ist das nicht interessant? Wir müssen eigentlich auch nochmal hier zurückgehen. Also hier siehst du dann wirklich nochmal richtig gut, wie schön du die Futterspende immer am Rand platziert hast, damit die Dinos hierher kommen. Und hier hast du dann wirklich nochmal so eine Ausbeulung, wo man dann die Dinos perfekt beobachten kann. Sehen wir hier sogar gerade am guten Beispiel. Da kannst du dann richtig nah an das Gehege reingehen. Du siehst dann hier den Spino. Und hier nachdem dein Onikus entschnappt. Ist das nicht cool? Wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, er hat uns gesehen. Wir machen jetzt ein Stardu, ey. Wir dürfen nicht blinzeln. Okay, er hat aufgegeben. Also es ist halt wirklich Hammer, oder? Sind wir ehrlich, Leute. Der hier auch am Zaun jetzt langschleicht. Ah, awesome. Das feiere ich sehr. So, die Namen haben wir noch nicht geschaut von denen, ne? Jorik, Dino Metzger, Cookie Man, Pinguinkorn, Merkigero, Indospino. Da ist sogar noch ein Spino drin. Dann hatten wir echt Glück, dass wir den so oft zu Gesicht bekommen haben. Nicht schlecht. Ja, finde ich aber auch richtig schön. Allgemein von oben sieht es so cool aus. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt alles gesehen, ja? Haben wir hier? Ne, hier waren wir noch nicht. Das ist das einzige Gehe, was wir nicht gesehen haben, ne? Ich überfliege hier nochmal kurz. Die hatten wir, die hatten wir, die hatten wir. Hatten wir, hatten wir. Das ist tatsächlich das einzige Gehe, was wir nicht gesehen haben, Leute. Ansonsten haben wir alles gesehen. Obwohl, das hier auch nicht, ne? Ne, das hier auch nicht. Oh, never mind. Hier am Rand ist auch noch ein Gehege untergebracht. Ja, gehen wir mal weiter, Leute, so wie wir es vorhatten. Also hier zu unserer rechten sehen wir noch ein Gehege. Aber durch den Zaun können wir, glaube ich, gerade nichts entdecken, ne? Du hast aber hier zum Beispiel auch noch so einen Weg hingemacht, dass man hier gucken kann. Und jetzt sieht man auch die Dinos. Was haben wir denn hier? Das sind Dryos. Habe ich vorhin nicht... Warte mal. Habe ich vorhin die Dryos verwechselt? Ich glaube, ich habe vorhin die Dryos mit irgendwas anderem verwechselt, oder? Das habe ich die verwechselt. Ach ne, hier sind auch Dryos drin. Okay. Ich dachte schon, ich bin doof. Das ist nur zweimal Dryos gemacht. Scheint es Dryos sehr zu mögen. Also hier sind auf jeden Fall Dryos drin. Eine Menge Dryos sogar. Gehe ich auch nochmal über die Namen. Auf wunderschön aus. Das ist nix. Palete. Jaden Klein. Okay, wir gehen nochmal ganz kurz in den Aufnahmemodus. Sorry, dass ich den nochmal unterbrechen muss. Aber ich finde den sehr, sehr passend, den Modus hier. Schauen wir nämlich hier richtig schöne Lüge durch die Gehege hin. So, wo ist denn jetzt hier deine... Deine Family. Deine Herde. Ah, hier vorne. Und gerade ein wenig trinken. Guckt euch das an, wie viele hier sind. Das ist nicht awesome. Auch ein wunderschönes Tier. Und ein wunderschöner Dino. Kann man nicht anders sagen. Ah, ganz tolles Gehege. Gefällt mir. Und jetzt zu guter Letzt zu diesem wunderschönen Gehege. Was ist das Form von... Ja, ich weiß auch nicht, was das für eine Form ist. Sieht aber nice aus, ne? Also, richtig cool. Richtig, richtig cool. Da gehen wir auch nochmal rein. Äh, wir fliegen erstmal am Zaun entlang, würde ich sagen. Machen wir direkt wieder in dem Aufnahmemodus. I don't. So. Ich glaube, ich hatte ja auch schon mal so einen kleinen Blick riskiert, oder? Bin mir aber gerade nicht sicher. Was macht sie denn? Hat sie gerade getanzt für uns? Oder? Ne, hier haben wir noch gar keinen Blick rein riskiert. Wir fliegen direkt rein, Leute. Video geht, glaube ich, jetzt schon lang genug. In dem Fall kriegt er uns. Auch so ein Dino, den man viel zu selten macht. Echt ganz nice, ne? Kann man nicht anders sagen. Cooler Dino. Haben wir denn hier noch? Ah, Prozerratus. Auch mit einem coolen Skin. Den mag ich sehr gerne, den Skin. Ah, finde ich sehr, sehr gut. Toll gemacht. Auch ein sehr tolles Gehege hier. Mit den Bergen und Klippen. Richtig cool aus. Ja, das sind auch alle Dinos, die du hier drin hast. Trichdorns und Hegel, Fissel, Indoraptor, Ani, Magnus. Was? Was ist das denn? Das ist eine Mischung aus Magnus und Indoraptor. Alles klar. Es sieht einfach so awesome aus. Also wirklich. Ihr könnt ihr stundenlang in den Parkball bringen. Und Kirby, schreibe auf jeden Fall mal rein, ob ich den Speicherstand für die restlichen Zuschauer so freigeben kann. Und sonst würde ich das gerne tun. Dann könnt ihr euch hier nochmal in Ruhe umgucken. Ich muss wirklich sagen, du hast nicht zu viel versprochen. Der Park ist wirklich awesome geworden. Also richtig, richtig gut. Eine klare 10 von 10 für mich. Cooles Motto. Coole Idee. Alles richtig cool benannt. Richtig schöne Gehegegestaltung. Richtig coole Dinosaurier-Auswahl. Es hat richtig Spaß gemacht. Das Einzige, was mir natürlich gefehlt hat, aber das war in diesem Motto nicht umsetzbar, ist eine richtig lange Jurassic Tour. Aber immerhin hast du so ein paar kleinere gemacht. Aber das ist ja an sich nicht schlimm. Also es war richtig nice, diesen ganzen Zoo zu besuchen. Hat mir richtig Laune gemacht. Und falls euch das Ganze auch gefallen hat, dann schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, dass es euch gefallen hat. Und am besten schreibt ihr wieder Hashtag Kirby, falls ihr in Kirbys nächsten Park auch verewigt werden möchtet, weil der Kirby wird sicherlich noch einen dritten Park einreichen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, so viel und so gut wie er baut. Und ansonsten würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Falls ihr auch meinen Park einsenden wollt, bevor ich es vergesse, unten in der Videobeschreibung steht dazu alles oder alle Infos, die ihr dazu benötigt. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.